Was geht ab, Blü-Leute? Und damit herzlich willkommen zurück zu Plans for Zombies Garden Warfare 2. Und diesmal spielen wir den Mafia-Kolben. Und da haben sich auch einige gewünscht, beziehungsweise einfach ein Mais. Ein Major, ein Mais. Und dann nehme ich doch einfach mal den Mafia-Kolben hier. Oh, warum kann ich nicht weiterlatschen? Ey! Und? Direkt mal reinhalten hier. Direkt reinhalten. Ja, immerhin eine Vorlage. Wey! Oh, 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 oh. Warum geht der nur auf mich? Wieso geht der nur wieder auf mich? Natürlich! Dreckige, doofe Sau, Mann. So eine Scheiße wieder, natürlich. Ich hab das gesehen. Anstatt auf die Pflanze zu gehen. Nein. Hey, das ist Assort, Mann. Ich geh auf Sorbus. Den mache ich als erstes Blatt. Yeah! Wie schnell bin ich verrenkt, Alter? Was war das denn? Ich wollte gerade rüberjumpen, aber es war mir wohl nicht möglich. Es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt. Ach, schade. Obwohl doch, ich habe eine Haftgranate zerstört. Komm, den Garten nehmen wir doch ein. Ja, 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 ja. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Da ist einer von uns. Auf den da drauf! Auf den da drauf! Jetzt habe ich mir mal einen Kill abgestaubt. Ja, und noch einen gemacht. Zack! Seht ihr, was ich meine? Das meine ich halt. Elektro-Zitron, so diese aufladbaren Leute. Ist einfach überhaupt nicht mein Ding, ey. Ich brauche da schon eher jemanden, der richtig schießt. Oder halt so einen miesen, tödlichen Todesstrahl hat. Nachladen, nachladen, bitte. Please. Ach! Das ist einer! Der brennt einfach nur! Ich habe den nicht erkannt. Ich habe den nicht erkannt. Aua! Aua! Vorlage! Nee, Abschuss! Ich habe nur das Geräusch nicht gehört. Lass mich, ah! Jawoll, jawoll! Jawoll! Vorlage nur, scheiße. Was ist das? Nein! Komm, komm! Tod aus dem Grab! Los, los, los! Halsstation zerstört? Mehr nicht! Ah, schade. Ich dachte, ich hole den mit meinem geilen anderen neuen Angriff. Diesen, diesen, ähm, hier LB-Angriff. Der ist ja neu. Den haben wir, glaube ich, auch gezogen. Letztes Mal. Ja, ich will wieder ein Kill. Natürlich, klar doch. Das meine ich. Mit solchen Figuren kann ich direkt viel besser umgehen, Leute. Ich meine, zum Testen, ob die Leute mal antesten sollen, das geht schon klar, so, ja. Aber so ein Elektro-Zytron ist einfach keine Figur, die ich öfter socken würde. Absolut nicht, weil, wie gesagt, ich komme damit nicht klar, warum soll ich denn öfter socken, das ja auch. Kommt der da jetzt lang, oder hat der Schiss? Ich weiß, dass da allerdings einer ist. Okay, komm, ich komme mit dir mit. Lass den kaputt machen. Komm doch, komm doch, komm doch! Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Warum stirbt er nicht? Jawoll! 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 Was geht hier ab, Mann? Jawoll, Leute, seht ihr das, was hier gerade abgeht? Nein! Boah, elf Kills habe ich schon. Okay, der eine bei uns hat 19. Was geht denn mit dem ab? Ja gut, der war vielleicht von Anfang an mit drin, ne? Ey, nein, 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 ich will doch gar nicht wechseln. Nein, 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 nein. Nein, ich will doch gar nicht raus hier. Mensch, falscher Knopf. Aber wir nehmen es einfach gerade nicht ein, ne? Das ist auch gerade scheiße, ehrlich gesagt. Oh, Gott. Ja, scheiße, ey. Komplett da alleine wieder reinzugehen bringen, natürlich dann auch nix. Dreckchen. Nein, Leute, nein, please nicht. Schwimmt da mal jemand bitte rein jetzt hier? Ach, Mist. Okay, Leute. So, spielen wir nochmal eine kleine Runde Team-Sieg. Damit die Folge nicht ganz so kurz ist. Natürlich hier wieder mit Mr. Mafia-Kolben. So, wo sind die Gegners? Yo! Ey! Ich bin auf deiner Seite, Mann. Jawohl, gemeinsamer Abschuss. Natürlich. Sehr nice. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin immer noch fast tot. Immer, immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Aua. Ich bin nicht mehr fast tot. Ich lebe. Ich lebe. Ey, hier sind ja fast nur Maiskolben unterwegs, yo. Bam. Da kackt den Scheißen-Dreck. Ich hab meinen Kill gemacht. Schieß doch. Oh, Mann, ey. Ey, was hat denn der denn für ein Afro? Laberer, super, Mann. Scheiße, Mann. Mann. Eine Sekunde schneller geschossen. Und ich hätte es gedötet. Jetzt hatte ich schon den Angriff getriggert, ey. Vorlagen, Johnny. Vorlagen, Johnny. Nenn mich einfach vor. Hey, hinter dir, Rosie. Bist du doof? Bist du doof? Bist du doof? Ich hau den weg. Wunderschön. Yeah. Und noch gesnap den Kill, ey. Was geht denn hier ab? Alle drauf! Haha, Michael. Ich brauche Heilung. Ich habe einen guten Schock. Ich habe einen guten Schock. Alter, wie geil sieht der denn aus? Was ist denn das für ein Disco-Stu-Ferschnitt? Keiler Boy, du. Jawollski. Wunderschön. Wunderschön geholt, die Sau. Vorlage. Ey, was ist denn das für ein Captain-Party-Time oder was? Wie heißt der? Captain-Party? Wie heißt denn der? Ohne Witz. Ist das Captain-Party? Party-Scharfschütze, Alter. Was ist das für eine Geile-Klasse? Den muss ich unbedingt haben. Captain-Party muss ich haben, ey. Das geht gar nicht anders. Schade, ich dachte, der latscht da rein, ey. Sehr nice. Sehr nice. Und jetzt drauf auf den. Hinterher, Jungs. Yes, Leute. Korrekt. Wir haben noch ganz gut abgeräumt hier. Aber wir haben trotzdem verloren. Ja, ich dachte echt, wir können das nur weißen, Leute. Gerade hatten wir doch so unseren Vater, ey. Was? Ich bin nicht mal auf ein Treppchen, da muss ein Fehler sein. Das ist ein Bug. Hey, Captain-Party, ey. Ohne Witz, der ist ganz cool so von der Figur, ey. Acht Kills. Ich habe immerhin die meisten Kills in meinem Team. Tja, na gut, lol. Das war's denn mit dem guten Mafia-Kolben. Ja, das war's mit dem Mafia-Kolben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt. Denn wir müssen ja erstmal wieder Münzen sammeln, damit wir komplette neue Figuren sammeln können. Ansonsten, wie gesagt, gibt's ja trotzdem eine größere Ausbildung. Ihr habt ja das Apex-Opening hoffentlich gesehen. Und da waren ja einige dabei, die man natürlich nochmal gerne testen könnte, im Vergleich zu Beta oder sonst was, wie ihr möchtet halt. Und ja, danke fürs Zusehen. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und lass auf jeden Fall gerne einen Like da. Tschüss. Tja, 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 Parks- nivel. Tja, 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 tja.